Hey, ihr zauberften Menschen da draußen, hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelen gefügelt für die Rebellen des Geistes. Das heutige Thema ist Reichtum und das mag erstmal in dieser verrückten Zeit ungewöhnlich, vielleicht sogar für manche zynisch klingen. Doch erstens bin ich in letzter Zeit immer mal wieder gefragt worden, darüber zu sprechen und zweitens glaube ich, dass wir Menschen die Fähigkeit besitzen, gerade in solch herausfordernden Zeiten azyklisch zu denken, zu fühlen und zu handeln. Das heißt, unsere Reaktion nicht davon abhängig zu machen, was um uns herum passiert, sondern uns auf den Reichtum in uns zu besinnen und daraus zu schöpfen. Deswegen erwarte dich in diesem Podcast eine Einladung, über die inneren und äußeren Prinzipien deines guten Reichtums nachzudenken. Ich wünsche dir wertvolle Erkenntnisse und vor allen Dingen wünsche ich dir einen direkten Kontakt zu deinem Reichtum. Bis gleich. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, gehst du als ein Mensch ins Bett, der sich reich fühlt. Ich meine nicht reich denkt, sondern der sich wirklich reich fühlt. Und falls du sagst, nee, Veit, ich fühle mich gerade nicht reich, dann möchte ich dich gerne fragen, womit vergleichst du dich, wenn du denkst oder fühlst, du bist nicht reich? Bist du jemand, der sagt, hey, Veit, ich würde gerne den Reichtum meines Lebens noch tiefer spüren. Ich würde die noch viel lieber, viel intensiver umarmen wollen, genießen wollen. Oder bist du jemand, der sagt, also wenn ich mir alles aussuchen könnte, dann hätte ich gerne mehr Reichtum. Ich hätte gerne mehr inneren Reichtum und ich hätte aber auch gerne äußeren Reichtum. So, wenn dich diese Themen berühren, dann bist du heute Abend richtig. So, einer der größten Reichtümer, den du hast, ist deine Lebenszeit. Und deswegen möchte ich ganz kurz erklären, um was es heute Abend geht, damit du eine Wahl treffen kannst, ob das der richtige Abend und das richtige Thema für dich ist. Ich möchte dir heute Abend die Prinzipien, und zwar die inneren und die äußeren Prinzipien, eines guten Reichtums vorstellen. Ich möchte eine Einladung aussprechen, gemeinsam mit uns Reichtum zu erforschen und dein Reichtumsbewusstsein, aber auch wirklich deine Reichtumsrealität zu erweitern. Und ich habe eine sehr schöne Meditation für dich zu diesem Thema vorbereitet. Also, wenn dich diese Themen berühren, wenn du zum Beispiel sagst, hey Veit, ich möchte gern mehr Urvertrauen genießen in das Leben. Ich möchte meinen eigenen Wert gern mehr fühlen und schätzen können. Ich wünsche mir aber auch, dass die Welt meinen Wert mehr honoriert, dass ich mehr materielle Fülle in meinem Leben erfahre, oder dass ich die Fülle, die ich bereits in meinem Leben kreiert habe, entspannter genießen kann. Dann bin ich mir relativ sicher, dass du heute Abend inspiriert und vielleicht sogar etwas erleuchtet aus diesem Abend herausgehst. Wie kommt dieses Sonderthema? Es hat zwei Gründe. Also, erstens bin ich in den letzten Wochen immer wieder gebeten worden, von Menschen aus unserer Community, hier Veit, kannst du einfach mal wieder zu diesem Thema sprechen. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her, dass ich dazu etwas gemacht habe, obwohl das Thema Reichtum zu den Top 7 Themen meiner Arbeit gehört. Das ist also höchste Zeit. Und als dann Michael Lukas, unser Bootcamp-Master, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er hat voll Lust, diesen Prozess einmal wieder intensiv zu begleiten, dann habe ich mir gedacht, das ist ein Zeichen, wir machen das jetzt. Also für alle, die Michael nicht kennen, zu wissen, Michael Lukas ist ein ganz toller Mitarbeiter hier bei uns in LiveTrust und der spezialisiert darauf, Menschen zu solchen Themen in Arbeitsgruppen zusammenzubringen und wirklich gemeinsam mit ihnen dafür zu sorgen, dass das Thema eben nicht nur intellektuell hängen bleibt, sondern dass sich wirklich was bewegt, dass du tatsächlich intensiv an dem Thema arbeitest. Dazu später noch mehr. Ich habe mich allerdings ehrlich gesagt im Vorfeld gefragt, ob es nicht zynisch ist, ob es vielleicht gerade eigentlich gar nicht passt in die heutige Zeit. Wir haben mit Corona zu tun. Die meisten Menschen sind einfach nur noch genervt. Bei vielen Menschen ist das Business quasi auf null zusammengebrochen. Ich selbst kenne wirklich viele Menschen, die gerade richtig verschuldet sind, die von ihrem Eingemachten zehren, die total gestresst sind von diesem Hin und Her. Und wenn wir uns die Welt anschauen, dann hat definitiv diese Corona-Zeit dazu beigetragen, diese Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklaffen zu lassen. Und genau das ist der Grund, warum ich sage, Leute, gerade jetzt. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, auf eine Krise in diesem Ausmaß zu reagieren. Das eine ist eine Reaktion. Und das ist das, was die meisten Menschen machen, aus einem fixen Mindset heraus. Also einfach den Kopf einziehen, immer enger werden, im Körperstress ansammeln, aber eben auch den Geist in so einer Art von Tunnelblick fahren lassen, sich hauptsächlich auf die Sorgen zu konzentrieren. Und dann geht das ganze Ding natürlich den Bach runter. Und das fühlt sich perverserweise sogar natürlich an, weil du sehr wahrscheinlich viele Menschen um dich herum hast, denen es gerade genauso geht. Und du denkst, anders kann es ja gar nicht sein. Aber es gibt Menschen, und davon gibt es gar nicht so wenig, die a-zyklisch denken und handeln. Und das heißt, dass die in dem Augenblick, wenn alle gerade quasi a-ah schreien und runterrasen, den Kopf hochnehmen, sehr wach sind wie Jäger und sagen, okay, wo liegt die Chance? Wo liegt die Möglichkeit? Und dafür würde ich dich heute Abend gerne sensibilisieren, dass du die Fähigkeit besitzt, egal wie Verfahren dein Leben vielleicht gerade aussieht oder auch wie finanziell eng es gerade ist, eigentlich etwas zu machen, was sich so anfühlt, als wenn du gegen dein Gefühl gehst. Also genau das Gegenteil von dem zu machen, nämlich dieses Gefühl von, es wird immer enger, immer enger und ich kriege immer mehr Angst, Angst, Angst. Ich muss immer mehr festhalten zu sagen, ich versuche gerade jetzt locker zu bleiben und ich versuche in dieser Krise für mich eine eventuell richtig neue Chance zu sehen. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich Freunde und Freundinnen habe, bei denen ist ihr Business also wirklich innerhalb einer Woche im letzten Jahr zusammengebrochen. Es war einfach auf Null. Und was mich total fasziniert hat, wie viele von denen innerhalb von einer Woche, also erstmal haben sie alle kräftig abgekotzt, aber innerhalb von einer Woche umgeschaltet haben und gesagt haben, okay, so ist es. Und ich versuche jetzt wirklich, den Auftrag in dem Ganzen zu sehen. Ich versuche verrückt zu denken. Ich versuche quer zu denken, obwohl der Begriff heutzutage leider anders belastet ist. Ich versuche die Chance, in dieser Dunkelheit zu finden. Was ich immer wieder höre von Menschen, die finanziell und materiell knapp sind, dass sie der Gesellschaft die Schuld geben. Und ich möchte einmal ganz klar sagen, wir haben in der Konstellation, in der unsere Wirtschaft heutzutage existiert, haben wir ein absolutes Ungerechtigkeitsproblem, ein strukturelles Problem. Und das muss natürlich genauso angegangen werden. Ich halte es jedoch für absolut gefährlich, sich quasi einzunisten in dieser Hoffnung. Und die höre ich tatsächlich häufiger. Ich warte einfach, bis das ganze System zusammenbricht. Und dann wird alles besser. Dann werden die Dinge gerechter verteilt. Und ich glaube auch, dass sich Dinge in uns verändern werden, wenn sich im Außen Dinge verändern. Aber ich möchte gerne eins zu Bedenken geben. Mal angenommen, von heute auf morgen würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Und ich bringe mal ein Bild. Geld wäre nichts mehr wert. Also Geld war es für viele Menschen, die Wurzel aller Übels. Also Geld wäre nichts mehr wert, es wäre weg. Und wir würden sagen, wir fangen komplett von Null an. und jeder von uns bekommt als Tauschmittel tausend Muscheln. Wir fangen ganz von Null an. Keine Schulden, tausend Muscheln. Meine Hypothese ist leider, dass ich glaube, dass wir relativ schnell wieder sehr unterschiedliche Positionen einnehmen würden, weil sich zwar das äußere System geändert hat, aber die Menschen haben sich nicht wirklich geändert. Es wären wieder Menschen, die die Chance mehr ergreifen als andere und andere, die vielleicht abwarten, die vielleicht erstmal alles ausgeben und hoffen, dass es von ganz allein kommt. Ich werde heute Abend ganz sicher ein paar Sachen sagen, die du vielleicht auch als provokativ empfindest. Ich bitte dich, dir diese Stellen zu merken, vielleicht eine kleine Notiz zu machen, vielleicht dir auch die Zeit zu merken, wann es war im Video, nochmal dann zurückzugehen, dir das nochmal dreimal anzuhören und dann sacken zu lassen. Ich komme von dem Punkt, das möchte ich einmal ganz klar sagen, dass ich in Bezug auf materiellen Reichtum strukturell etwas verändern muss, Punkt, und dass ich dennoch glaube, dass die Hauptverantwortung oder der Hauptwirksamkeitshebel in dir liegt. Und wenn du bis hierher gesehen hast, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du diesen Wirksamkeitshebel noch lange nicht ausgeschöpft hast. Das heißt, du kannst an deiner Situation, egal was um dich herum passiert, noch eine Menge positiv verändern. Und wenn du noch nicht weggeklickt hast, gehe ich davon aus, dass es in dir auch eine Veränderungsbereitschaft gibt. Womit wir bei der Frage wären, für wen ist diese Thematik und vor allem die Art, wie ich darüber spreche, geeignet. Ich fange mal an, für wen sie nicht geeignet ist. Also das, was ich heute Abend mit euch teile, das würde ich keinem Menschen in dieser Welt so sagen, der gerade wirklich um das nächste Essen zu kämpfen hat. Also der wirklich auf einer sehr, sehr existenziellen Ebene Not erfährt. Weil dann wären diese Prinzipien, die ich euch heute Abend vorstelle, wirklich blanker Zynismus. Das heißt, falls du gerade in der Situation bist, dass du wirklich nicht ein- und ausweist, dann lade ich dich ein, ganz entspannt zu lauschen. Ich bin mir relativ sicher, dass an der einen oder anderen Stelle etwas dabei ist, was dich inspiriert. Aber zu verstehen, dass die Prinzipien, die ich heute mit dir teile, eine gewisse Grundsolidierung haben müssen, also ein Fundament in uns. Und damit meine ich nicht, dass du Summe X auf deinem Konto haben musst. Also ich habe diese Prinzipien, die ich dir heute vorstelle, angefangen zu erforschen, als ich massiv im Dispo gewesen bin. Aber ich hatte eine gewisse Form von innerer Stabilität und eine Bereitschaft von, die Dinge selbstverantwortlich anzugeben. Ich möchte euch ganz kurz etwas zu meiner Geschichte, zu diesem Thema erzählen. Das erklärt ganz gut meinen Ansatz. Ich bin jetzt seit 28 Jahren als Coach, als Trainer tätig. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass ich am Anfang meiner Laufbahn extrem idealistisch und, so habe ich das damals genannt, spirituell gearbeitet habe. Also Andrea und ich, wir haben die ersten sechs Jahre unserer Arbeit auf Spendenbasis gearbeitet. Also wirklich, das haben wir radikal durchgezogen. Wir haben selbst zehn Tagesseminare, haben wir am Schluss einen Korb hingestellt. Und alle haben uns damals als unglaublich gute Menschen gesehen. toll, wie ihr das macht und das ist ja ein ganz neues Wirtschaftsmodell etc. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kam mir damals auch so spirituell erhaben vor, so würde ich es nennen. Also ich hatte das Gefühl, ich bin der Zeit voraus. Wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich einen jungen Mann, der nicht bereit war, sich diesen unglaublich wertvollen Lektionen, die Geld haben kann, zu stellen. Ich wollte mich bestimmten Schattenthemen von mir nicht stellen. Ich wollte auf eine bestimmte Weise nicht sichtbar werden und ich wollte vor allen Dingen einer Frage aus dem Weg gehen, wie viel bin ich wert? Und das meine ich nicht in einem metaphysischen Sinne, weil du und ich, wir sind metaphysisch auf der Sehenebene gesehen, sind wir unbezahlbar, sondern wie viel bist du in dieser Gesellschaft wert? So, das, was damals für uns so alternativ aussah, dieses Spendenmodell, war erstens eine Vermeidung von konkreten Themen und zweitens hat es auf Dauer nicht funktioniert. Also es hat erstaunlich lange funktioniert. Wie gesagt, wir haben sechs Jahre lang damit gearbeitet, aber wir haben in dieser Zeit im Grunde genommen permanent zwischen zwei Konten, bei denen uns die Bank, das war ein Fehler der Bank, irgendwann mal ein Riesendispo eingeräumt hatte, zwischen den zwei ausgeschöpften Dispos haben wir immer so hin und her jongliert. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du jemand bist, der wirklich fleißig arbeitet und wir haben immer fleißig gearbeitet und wir haben unsere Arbeit geliebt, wir haben alles reingebautet und wir haben ja auch gesehen, dass es wertvoll ist, was wir machen. Und du kannst am Ende des Monats nicht hundertprozentig sicher sein, ob du die Miete zahlen kannst oder nicht. Ich bin vom Sternzeichen Stier und vielleicht liegt es daran, ich habe in dieser Zeit in der Tiefe immer Stress gehabt. Immer Stress gehabt, weil das Ganze hat mich nie wirklich voll kreativ meine Flügel ausbreiten lassen. Es war immer so ein Gefühl, da reicht es. Und das Öffnen der Spendenumschläge war niemals ganz locker, sondern es war immer verbunden mit der Frage, okay, kommt genug Geld rein, ob wir die Miete zahlen können. Wir haben das Modell dann verändert, aber die Arroganz in mir war immer noch da. Diese Arroganz von mir, ich mache das alles ganz anders als die anderen und das wird schon. Und weil das so wertvoll ist, was wir machen, dann wird auch das Universum kommen und wird uns sehen. Es gab mehrere Knackpunkte und von zweien möchte ich dir gerne erzählen. Der erste Knackpunkt war, dass meine Tochter, die war damals acht oder neun, mich bei einer ruhigen Minute mit ihren großen Augen angeschaut hat und mich gefragt hat, Dad, können wir in der Wohnung wohnen bleiben? Und ich habe sie gefragt, wie kommst du denn darauf? und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, naja, ich höre euch immer darüber reden, ob wir die Miete noch zahlen können. Und das hat mich total getroffen. Das hat mich bis ins Markt getroffen, weil ich wollte ein guter Vater sein und ich habe gemerkt, ich möchte nicht, dass mein Kind in dieser Angst groß wird, in dieser Unsicherheit. Und der zweite Turning Point war für mich, als ich mir irgendwann endlich mal eingestehen konnte, dass ich unter meinem Dünkel auch so eine richtig große, fette Eiterblase Neid verborgen hatte. Also ich bin damals durch die Gegend gerannt und vielleicht lag es auch daran, dass ich in der DDR groß geworden bin. Also da war ja Kapital und Kapitalismus eh immer das Böse. Ich bin groß geworden mit der Einstellung von Menschen, die viel Geld haben, die reich sind, dass die müssen irgendwie Dreck am Stecken haben, die müssen böse sein. Also habe ich die immer kritisch begutachtet, habe immer versucht, die Schwachstellen zu finden. Aber irgendwann musste ich mir einfach eingestehen, fuck, es kotzt mich total an, dass ich mir den Arsch aufreiße und dass ich meiner Familie nicht mal ein Minimum an Komfort leisten kann. Und diese zwei Punkte haben dazu geführt, dass ich damals gesagt habe, ich hole mir alle Bücher zu diesem Thema. Ich studiere alle Bücher, auch die Bücher von den Menschen, die ich bis jetzt für ganz doof gehalten habe und für ganz unspirituell. Ich suche die Nähe zu reichen Menschen. Also ich hatte das Glück, dann ist es dann relativ überfreundlich, dass Freunde auf ein paar wirklich reiche Menschen gestoßen bin und erfahren durfte, dass es manchmal tatsächlich gerade die reichen Menschen sind, die wirklich mathereiche Menschen sind, die unglaublich viel Gutes tun, ohne es an die große Glocke zu hängen. Und wie in meinem eigenen Fall, dass sich manchmal unter diesem armen Idealismus tatsächlich ein kleines Arschloch verbirgt. Und ich habe das damals angefangen zu studieren, zu studieren, zu studieren und ich habe begriffen, dass ich erstens keine Beziehung zu meinem Wert hatte. Also ich wusste, ich hatte kein Gefühl dafür, ob ich wertvoll bin. Ich hatte keine Beziehung zu diesem Leben, also dieses Gefühl, das Gefühl, was ich heute habe, dass das Leben mich wirklich trägt und will. Ich wusste nicht wirklich, für wen ich eigentlich Wert erschaffen will. Also ich habe so wild in der Gegend rumgeballert, alles rausgehauen, was ich hatte, aber ich wusste gar nicht wirklich für wen. Und ich hatte damals, das habe ich dann in dieser Forschung gesehen, einen riesen Gap in mir. Also etwas in mir hat mir die ganze Zeit erzählt, ich müsste mich entscheiden zwischen entweder weltlichen Erfolg und dann muss ich meine Seele verkaufen oder aber ich bleibe dem Idealismus treu und dann werde ich mein Leben lang arm sein. Und irgendwann habe ich gesagt, fuck, ich habe das aber beides in mir, es muss doch möglich sein, das zusammenzubringen. Und das ist für mich guter Reichtum. Das möchte ich dir heute Abend vorstellen. Es ist möglich, auf eine würdevolle Art und Weise zu wirken, gute Sachen in die Welt zu bringen, richtig, richtig gute Sachen, die einen großen Mehrwert für andere Menschen haben und gleichzeitig aber auch wirklich dich selbst auf eine gute, großzügige Art und Weise honorieren zu lassen, sodass du am Ende des Tages ins Bett gehst und spürst, ich fühle mich innerlich total reich, aber ich lebe auch wirklich im Außen ein reiches Leben. Ich möchte gerne im Vorfeld, bevor ich dir die inneren und äußeren Prinzipien vorstelle, so ein paar Punkte klären. Erstens, macht Geld glücklich. Man hört ja mal so Sprüche wie Geld stinken, Geld macht nicht glücklich. Geld macht nicht glücklich. Aber Geld macht Leben definitiv einfacher. Das kann ich dir garantieren. Ich habe zum Beispiel lange Zeit gedacht, es wäre wirklich Geld, was mich interessiert, bis ich dann irgendwann mal endlich mal einen stabil, gut aufgefüllten Kontostand hatte und gemerkt habe, es ist gar nicht das Geld. Also ich weiß zum Beispiel Stand heute nicht, wie viel Geld wir haben, weil ich mit Andrea ausgemacht habe, dass sie mir einfach ein Zeichen gibt, wenn es zu wenig ist. Was mich interessiert, und das habe ich eigentlich immer gesucht, ist das Gefühl von, ich kann frei wirken. Ich kann, wenn mich ein Projekt bewegt, ich kann einfach loslegen, ich kann es in die Welt bringen, ich kann all die Gaben, die ich in mir habe, umsetzen. Ich kann meiner Familie, aber auch mal einen schönen Urlaub leisten. Und ich bin zum Beispiel jemand, also mich würdest du bestrafen, wenn ich mich jetzt an den Pool setzen müsste. Also so eine Form von Luxus interessiert mich gar nicht. Aber das Gefühl zu haben, du kannst in dieser Welt auf eine gute, effektive Weise wirken, dabei kann Geld enorm helfen. Räumen wir ein paar Vorurteile aus. Geld stinkt definitiv nicht. Ich meine, es möffelt manchmal, wenn es einen langen Weg hinter sich hat. Da haben wir zum Beispiel damals ein schönes Ritual eingerichtet. Wir haben also wirklich die Geldscheine aufgehalten und haben sie mit Rosenduft besprüht. Dann ist das Thema schon geklärt. Geld ist nicht die Wurzel allen Übelst, sondern Geld ist ein brillanter Spiegel für den individuellen und kollektiven Reifezustand der Menschheit. Nicht Geld ist daran schuld, wie die Welt ist, sondern Geld zeigt uns gnadenlos und ich finde wirklich auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise, wie sehr wir noch der Angst und der Gier verhaftet sind. Und deswegen liebe ich Geld als einen Lehrmeister. Das Interessante an Geld ist, vielleicht hast du schon mal was von dem sogenannten Easterline-Paradox gehört. Also lange Zeit haben wir gedacht, je mehr Geld, umso besser. Aber dieser Herr Easterline hat irgendwann mal herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, ist, dass wir am Anfang, wenn wir mehr einnehmen, tatsächlich signifikant auch in unseren Lebensqualitäten eine Verbesserung erfahren. Und dann kommt ein Punkt und in den meisten Ländern ist das so bei einem Jahreseinkommen über 60.000 Euro. Dann nimmt die Lebensqualität nicht mehr zu. Im Gegenteil, es kann sogar passieren, dass sie wieder ein Stück abnimmt. So ab diesem Punkt ist es zum Beispiel extrem wichtig, wenn du quasi wirklich gesättigt bist in deinem persönlichen Reichtum, dass du dir die Frage stellst, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Reichtum? Kreiere ich neue Sachen? Kann ich über diesen Reichtum wiederum Reichtum für andere Menschen generieren? Also dann gibt es wieder eine neue Form von Kurve. Aber definitiv gibt es keinen direkten Zusammensank zwischen Geld und Glück. Also ich kenne Menschen, die sind finanziell gesehen relativ arm und die sind absolut glücklich. Die sagen auch zu mir, Fall, ich brauche wirklich nicht mehr, ich bin absolut happy. Und ich kenne Menschen, die haben horrende Summen auf dem Konto und die sind arschunglücklich. Das sind so immer Highlights in meinen Coachings gewesen, wenn Menschen vor mir saßen und mir erzählt haben, dass sie Angst vor Armut haben und sich ungerecht behandelt fühlen vom Leben. Und dann haben wir angefangen, erst mal aufzuzählen, was hast du denn alles? Und dann ist denen aufgefallen, die wissen nicht mal mehr, was sie alles haben, aber sie sind stinkunglücklich und sie leiden tatsächlich an diesem toten Reichtum, den sie mit sich schleppen. So macht es Sinn, auf diesen äußeren Wandel zu warten? Das habe ich schon gesagt. Nein, das glaube ich nicht. Sondern egal, was sich im Außen verändern wird, egal, ob zum Beispiel irgendwann das Grundeinkommen kommt, was ich mir mittlerweile sehr wünsche. Ich war erst skeptisch, aber mittlerweile glaube ich, dass es tatsächlich eine super Möglichkeit wäre, diesen vielen, vielen gestressten Menschen überhaupt erst mal das Gefühl zu geben, ich kann endlich mal wieder durchatmen und erst mal zur Ruhe kommen und dann aus der Ruhe heraus schauen, auf welche Art und Weise ich arbeiten möchte. Und dennoch glaube ich, selbst wenn das Grundeinkommen kommen würde, wäre dein inneres Reichtumsbewusstsein hauptverantwortlich dafür, wie du damit umgehst. Deswegen möchte ich heute viel darüber sprechen, wie du dieses Bewusstsein in dir verändern, erweitern kannst. Ich möchte jetzt eine ganz freche These mit dir teilen und das kann sein, dass das bei denjenigen unter euch, die gerade finanziell knapper Kasse sind, erstmal wirklich klingt wie, er hat ja einen an der Waffe. Okay? So die radikale These meines Programms zum Thema guter Reichtum ist, dass Mangel tatsächlich eine Illusion ist. Und damit sage ich nicht, dass nicht viele Menschen in unserer Gesellschaft real Mangel erfahren und auch darunter leiden. Aber wenn wir genau hinschauen und wenn wir das Ding radikal lösen wollen, müssen wir erstmal erkennen, dass es gibt nicht wirklich Mangel. Also wir sind in einem Universum geboren und ich fange jetzt mal wirklich mit einer sehr großen Perspektive an, was schier unendlich viel Energie hat. Also es ist Energie in Unmengen vorhanden. Ich weiß nicht, welcher Physiker es war, aber ich habe mal gelesen, dass in einem Kubikmeter Luft ist so viel Energie, dass man alle Meere dieser Welt zum Kochen bringen könnte. Also Energie ist ohne Ende vorhanden. Hier nur ein paar Beispiele. Sonne. Die Sonne strahlt jeden einzelnen Tag auf uns und jemand hat mal ausgerechnet, wenn es uns möglich wäre, drei Stunden die geballte Energie, also von nur drei Stunden Sonnenanstrahlung auf diesem Planeten tatsächlich effektiv umzusetzen, also zu sammeln, dann würden diese drei Stunden den kompletten Energiehaushalt der Erde für ein ganzes Jahr decken. So warum sitzen nicht alle guten Wissenschaftler dieser Welt für ein Jahr lang gezielt zusammen und sagen, hey, wir haben eine mega, mega Umweltkrise, so lasst uns wirklich alle Konzerne, die totale Power zusammenwerfen und einfach die Lösung für das Energieproblem finden. Es ist Angst und es ist Gier, aber es ist nicht, dass es keinen, dass es realen Mangel gibt, okay, sondern es ist unsere Gier, es ist immer unsere Gier, die verhindert, dass wir diesen Überfluss anzapfen oder unsere Angst. Ein anderes Beispiel. Viele von die Rede von Überbevölkerung, ja, und es gibt nicht genug für alle zu essen und wenn wir uns zum Beispiel diesen heutigen Tag anschauen, dann ist es statistisch gesehen so, dass eine Milliarde Menschen, also fast ein Achtel, wird heute Abend hungrig ins Bett gehen und wenn ich von hungrig rede, meine ich nicht unser luxuriöses, intermittierendes Fasten, sondern ich rede davon wirklich hungrig. Eine Milliarde Menschen geht heute Abend ins Bett, hat heute nichts gegessen und weiß nicht, ob morgen etwas kommt. Aber heißt das, dass es nicht genug zu essen gibt? Nein. In Deutschland werden pro Sekunde 300 Kilogramm Essen weggeworfen. Und jetzt kommt eine ganz krasse Zahl. Pro Jahr werden 15 Millionen Schweine sinnlos getötet. Ich meine mal, abgesehen davon, dass es total fragwürdig ist, Tiere zu töten, aber 15 Millionen Schweine werden einfach überflüssigerweise getötet. So auch hier wieder, es gibt keinen Mangel, aber unsere Blödheit, geprägt von Angst und Gier, verhindert, dass wir diesen Überfluss teilen. Tatsächlich haben Wissenschaftler ausgerechnet, wenn wir anfangen würden, alle hauptsächlich auf pflanzliche Ernährung umzusteigen, könnten wir locker unsere Erdbevölkerung zweimal ernähren. Geld ist auch so ein Thema. Viele, viele Menschen erleben wirklich Geld, Armut auf ihrem Konto, heißt es, es gibt nicht genug Geld, es gibt so, so viel Geld. Also zum Beispiel in Deutschland ist das Vermögen durchschnittlich innerhalb dieser Corona-Zeit massiv angestiegen. Jetzt sagst du wahrscheinlich Danke, Veit, nicht auf meinem Konto, aber das ist ein ganz wichtiger Hinweis für all diejenigen unter euch, bitte mal gut zuhören, die schon mal so eine richtig geile Idee hatten, so eine richtig geile Vision und dann bist du kurz abgehoben und dann hast du ja, Fuck, aber ich habe nicht das Geld dafür, die umzusetzen. So die gute Nachricht ist, du brauchst das Geld gar nicht. So wenn deine Idee wirklich wertvoll ist und wenn du die Eier hast oder Eierstöcke, um voll dafür zu gehen, da draußen liegt das Geld wirklich rum. Die Kunst liegt daran, da ranzukommen. Und auch hier ist es krass, wie ungerecht das Geld verteilt ist. Also die acht reichsten Menschen dieser Welt, das muss man sich mal reinziehen, besitzen zusammen genauso viel wie die Hälfte, die ärmere Hälfte der gesamten Bevölkerung. Also genauso viel wie knapp vier Milliarden Menschen. Und hier an der Stelle kann ich nur absolut verstehen, dass manchen Menschen wirklich nach einer Revolution zumute ist, weil das kann man nicht mehr mit irgendeiner Art von Kapitalismus oder Fairness oder sonst was erklären. Und während viele Menschen in diesen Corona-Zeiten enorm gelitten haben, haben also zumindest die 170 führenden Milliardäre dieser Welt in dieser Zeit signifikanter zu verdienen, zum Teil ihre Gelder verdoppelt. In Deutschland ist es übrigens so, dass die 45 reichsten Menschen, also 45 Menschen, die kann man in einen Raum zusammenpacken, die haben genauso viel wie 50 Prozent der Bevölkerung. So, das Geld ist da, aber es ist krass ungerecht verteilt. Ich nehme noch ein Beispiel. Gerade jetzt zu Corona leiden sehr viele Menschen unter Einsamkeit. Das ist vielleicht der schrecklichste Mangel, den wir überhaupt erfahren können. Wir fühlen uns alleine, wir fühlen uns einsam. Aber wisst ihr, was das Absurde ist? Dass wir in der Lage sind, uns einsam zu fühlen, obwohl wir von 7,5 Milliarden Menschen umgeben sind, die alle dieselben Bedürfnisse haben, von denen sich alle auch gerade vielleicht viel einsam fühlen und eigentlich nur eine Armweite von uns entfernt sind. Und ja, im Augenblick geht es halt an ganz vielen Stellen nur digital, aber wir hätten so viele Möglichkeiten, unsere Einsamkeit so aufzulösen, wir nutzen sie ganz häufig nicht. Warum? Angst und Gier. So deswegen glaube ich zutiefst daran, dass wir auf einem Planeten geboren worden sind, der uns eine immense Fülle zur Verfügung stellt. Und die Tatsache, dass wir bis jetzt so viel Mangel erschaffen haben, liegt an unserer Unreife und nicht daran, dass tatsächlich Mangel existiert. Sondern ich glaube, dass Reichtum dein Geburtsrecht ist. Dass es dir ursprünglich anvertraute Erfahrung ist und als Kinder haben wir das alle gehabt, das Gefühl zu haben, du bist ein kostbares, ein einzigartiges Wesen und du hast das Recht darauf, diesen Wert auch im Außen gespiegelt zu bekommen. Ich möchte jetzt kurz darüber reden, was ein Mangelbewusstsein ist und ein Reichtumsbewusstsein. So Menschen, die ins Mangelbewusstsein abdriften und ich habe das zum Beispiel lange Zeit gehabt, obwohl ich eigentlich in einem relativ wohlhabenden Haushalt groß geworden bin, aber irgendwann bin ich einfach in so eine Angst gekommen, in so eine Enge. Wenn du Mangelbewusstsein hast, dann gehst du in jede Situation rein und du siehst nicht die Möglichkeit, sondern du siehst die verschlossenen Türen. Und du suchst Menschen, die dir bestätigen, dass du richtig liegst damit. Also wir haben hier eine absolut selbsterfüllende Prophezeiung. Und natürlich, je mehr Mangel wir erleben, umso schlimmer wird es. Und falls du jetzt gerade denkst, du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Doch, ich möchte hier noch einmal ganz klar betonen, Andrea und ich haben über Jahre hinweg diesen Mangel erfahren. Andrea ist damit, keine Ahnung, wie immer irre locker umgegangen. Also sie hatte immer dieses Urvertrauen. Mich hat das total gestresst und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie entwürdigend es ist, wenn Rechnungen ins Haus kommen und du die einfach nur wegsteckst und nicht anschauen willst. Ich weiß, wie entwürdigend das ist, wenn du manchmal einfach hoffst, Glück zu haben. Also wenn du deinen letzten Euro nimmst und losgehst und dann kleine magische Rituale machst und dir einen Lottoschein kaufst in der Hoffnung davon, dass auf eine magische Art und Weise deine Probleme gelöst werden. Und vor allen Dingen dieses dunkle, enge Gefühl, ich kenne das richtig gut. Und deswegen weiß ich auch, dass man in dem Zustand von Mangel ins Reichtumsbewusstsein kommen kann. Also ich möchte euch heute gern dazu inspirieren zu verstehen, dass du eine Quelle in dir hast von Reichtum und Vertrauen, die nicht davon abhängig ist, was im Außen passiert. Ich möchte dir jetzt gern so die zentralen Prinzipien vorstellen, die aus meiner Sicht wichtig sind, um dieses Reichtumsbewusstsein in dir zu kultivieren. Und manche davon klingen vielleicht erst mal ein bisschen, keine Ahnung, esoterisch oder spirituell. Ich möchte betonen, die beruhen alle auf Erfahrung. Und ich bin ein sehr, sehr pragmatischer Mensch. Es ist wichtig zu verstehen, dass egal wie sehr dein Verstand tilbt, wie sehr sich dein Körper zusammenzieht, es gibt eine Instanz in dir, ich nenne sie Seele, die ist frei. Ich habe mal etwas, also eine der eindrücklichsten Erfahrungen diesbezüglich für mich war ein Besuch in einem der größten Slums der Welt, in Mumbai. Ich habe mich um diese Erfahrung total gedrückt. Also erstens hätte ich gar nicht gewusst, wie nähert man sich, also weißt du, als reicher Wessi, wie nähert man sich so einer Erfahrung, so in einem komplett anderen Feld. Und zweitens hatte ich wirklich, wirklich Angst vor dieser Konfrontation, vor dem Elend. Und durch Zufälle hat es sich ergeben, dass wir einen jungen Mann kennengelernt haben, der da gelebt hat, also der in diesem Slum gelebt hat. Also wenn du Slumdog Millionär gesehen hast, das sind genau diese Slums. und der zu uns gesagt hat, pass auf, ihr tut uns einen Gefallen, wenn ich euch da durchführen kann. Also erstens ist das mein Job, so finanziere ich mir meine Uni und ich garantiere euch, ihr werdet überrascht sein. Ich habe auf der einen Seite nie, noch nie in meinem Leben, auch nie wieder danach so in meinen Augen unwürdige Bedingungen, giftige, engel, schmutzige, stinkige Bedingungen erlebt wie dort. eng, dunkel, verdreckt, ohne Gleichen. Unglaublich viele Menschen auf engstem Raum zusammen. Aber ich habe auch noch nie auf so engen Raum so viele glückliche Menschen gesehen. Und ich habe mir wirklich Zeit genommen, weil ich wollte nicht, ich wollte sicherstellen, dass das nicht irgendein verklärter Blick ist, aber ich habe dort Menschen gesehen, die etwas gefunden hatten, was ich Würde nennen würde. Und ich weiß aus meinen eigenen Erfahrungen, dass es mir besonders in den Momenten, wenn ich keine Rechnung bezahlen konnte, extrem geholfen hat, zum Beispiel durch Meditation Zugang zu diesem Teil in mir zu finden, der frei ist von allem. Der weiß, selbst wenn mir alles genommen wird, es gibt etwas in mir, was mir nicht genommen werden kann. Und diesen Teil müssen wir finden, denn nur so lässt sich dieses Spiel, dieses duale Spiel auf diesem Planeten mit Licht und Dunkel, mit Haben und Verzicht, auch mit jetzt ist was da und gleichzeitig weiß ich, irgendwann muss ich es eh loslassen, relativ lässig spielen, weil solange wir glauben, wir sind abhängig von dem, was um uns herum passiert oder von der Zahl auf unserem Konto, werden wir diese Spiele niemals auf dem höchsten, kreativsten Niveau spielen können. Aber wie kommt man da hin? Also erstmal, indem man überhaupt davon ausgeht, dass es diese Instanz in einem gibt und sagt, ich möchte diese Instanz finden. Und dann, das ist jetzt ein längerer Prozess, das möchte ich heute Abend nur anschnallen, aber wer Bock hat, ich stelle euch danach auch noch den Kurs vor guter Reichtum. Es ist ein Weg, der paradoxerweise nicht raus aus der Angst führt, also weg von diesen unangenehmen Gefühlen, sondern rein in die Angst. Rein in deine schlimmste Angst in Bezug dieser Themen und in der Tiefe davon wartet die Erfahrung von, dass du frei bist und dass dir nichts genommen werden kann. Also nichts Wirkliches genommen werden kann. Das zweite innere Prinzip nenne ich, du bist die Quelle. Schau, wir denken, dass diese Dinge uns Freude bereiten, aber ich wette, du hast auch schon die Erfahrung gemacht, du ackerst für irgendwas, was weiß ich, für ein ganz bestimmtes Prestigeobjekt etc. Dann hast du es und plötzlich ist es total schal. Nicht die Dinge geben uns, die Freude, sondern wir projizieren unsere unermessliche Quelle von Freude auf diese Dinge. Und ich bin zum Beispiel Andrea extrem dankbar, die in einer Zeit, als wir total knapp waren und ich so am Tisch gesessen habe, so mit so einer schlechten Laune gesagt habe, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen los, wir buchen nochmal 50 Euro ab und kaufen unseren Nachbarinnen mit den drei Kindern einen Geschenkkorb voller leckerem Essen. und ich habe sie angeholt, ich habe gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Wir sind in den Schulden. Und Andrea hatte so eine ganz verblüffende Logik, die hat dann gesagt, ja, wir sind 10.000 Euro in Schulden, diese 50 Euro machen es jetzt nicht wild. und das hat so etwas geswitcht in mir, ja, weil ich dadurch, und wir haben sowas oft praktiziert in diesen Zeiten der Not, die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer noch eine Quelle der Freude bin und dass ich immer noch etwas zu teilen habe und das muss kein Geld sein, das kann eine Geste von Freude sein, das kann Freundlichkeit sein. Wir sind die Quelle. Das dritte ist das Gesetz der Gegenwart. Wenn zu mir Menschen gekommen sind im Coaching und gesagt haben, Feit, ich komme mit Geld nicht klar, ich will mehr Geld haben, dann habe ich die immer erst mal gerne auf den Arsch gesetzt und das hat bedeutet, alle Schulden aufschreiben, alle offenen Rechnungen, alle Ausgaben, alle Eingaben und die meisten haben sich gewonnen, weil sie Angst hatten vor diesen Zahlen und 99 Prozent dieser Menschen waren erstaunt, dass sie sich nach dem Aufschreiben, egal wie schrecklich die Zahlen waren, entspannter gefühlt haben. Solange uns so ein unsichtbarer Dämon im Nacken sitzt, gewinnt er immer mehr Macht über uns. Aber wenn wir ankommen, auch meinetwegen in dem Schlamassel, auch in den ganzen offenen Fragen, die wir haben, in den Zweifeln, in den Ängsten, wenn wir da wirklich ankommen, hat unser Bewusstsein zum allerersten Mal die Chance, das Ganze zu nehmen und aufzulösen. So was ganz viele Menschen machen, die mit Geld nicht zurechtkommen, die verschieben das Thema einfach, also die blenden es einfach aus und reden vielleicht ganz vage drüber, aber kommen nie wirklich präzise in dem an, was es ist. Also bitte hör mich, falls du Stress hast mit dem Thema. Das Erste ist wirklich anzukommen in der Gegenwart, auch anzukommen in dem ehrlichen Bekennen, dass du es willst, und dass du mehr Kohle willst. Also gerade ihr, und das meine ich ganz liebevoll, die Spiris unter euch, die sich gern einreden, dass sie das ja gar nicht wollen oder brauchen. Sei mal ganz ehrlich mit dir. Vielleicht, wenn du mal so deine Fassade fallen hast, kommt was zum Vorschein, was sagst du dir? Doch, ich will eigentlich gern mehr Geld haben. Und wenn wir hier ankommen, dann geht die Reise los. Das Nächste hast du tausendmal gehört, Realität folgt Geist. Ich hatte immer so einen Stress in diesen ersten zehn Jahren meiner Arbeit mit dem Thema. Andrea hat immer gesagt, wann gibst du endlich mal Ruhe? Wann fängst du endlich mal an, unser Leben zu genießen? Und ich habe immer zu ihr gesagt, das kann ich erst, wenn wir genug Geld haben. Und dann war irgendwann mal das erste Mal eine sechsstellige Summe auf unserem Konto. Und Andrea war schlau, die hat dann noch ein paar Wochen gewartet und dann hat sie mich angeguckt und dann hat sie gesagt, so, wir haben jetzt viel Geld. Du bist ja, deswegen bist du jetzt schon so entspannt in der ganzen Zeit. Und ich musste so lachen, weil es war so offensichtlich. Ich war immer noch genauso eng. Warum? Ich hatte jetzt einfach eine andere Angst. Davor hatte ich eine Angst, die Rechnung nicht bezahlen zu können. Jetzt hatte ich die Angst, dass das Geld irgendwann wieder weg ist und dass ich nicht die Rechnung bezahlen kann. Und dreimal darfst du raten, was passiert ist. Das Geld war auch wieder weg. Es ist hart, so mal rauszukommen aus diesem, ha, die anderen sind schuld, ha, die Welt ist so ungerecht und zu sagen, ich schaue mir mal wirklich im Spiegel ganz detailliert meinen Part an der ganzen Geschichte an. Was erzählt mir eigentlich der Fluss des Geldes durch mein Leben über mich? Ja, also letzten Endes ist das Geld Energie. Und es ist unglaublich spannend, dir einfach mal anzuschauen, also ob du jemand bist, der Energie wirklich gut annehmen kann. Es ist krass zu sehen, Leute, wie viele Menschen, die richtig gute Arbeit machen, Schwierigkeiten damit haben, ja regelrecht Geld und Energie abwehren und sich dann wundern, warum das Geld sagt, dann gehe ich woanders hin. Wenn das Geld, wenn die Energie da ist, haben viele Menschen Schwierigkeiten damit, dass sich die Energie akkumuliert. Das habe ich extrem lernen müssen. Das hat etwas damit zu tun, Potenz auszuhalten, Energie auszuhalten, anstatt es immer gleich wieder wegzumachen. Und dann gibt es den Moment, wenn das Geld oder die Energie wieder geht. Und da gibt es von uns Menschen, die schütten das einfach wahllos raus, auch in die falschen Richtungen. Und es gibt Menschen, die hängen dann so an der Energie. Und auch das wiederum blockiert diesen Energiefluss. Also das, was in uns passiert, unser Geist, unsere Glaubenssätze zu Geld, unsere Glaubenssätze zu unserem Wert, hat einen massiven Einfluss darauf, wie sich das in der Realität zeigt. Das berühmte Gesetz der Anziehung ist das nächste Prinzip. Dieses Gesetz wird leider häufig missverstanden, als ich ziehe an, was ich will. Nein, du ziehst nicht an, was du willst, du ziehst an, was du bist. Und das ist so, das ist fast wie so ein Koan, wie ein unlösbares Rätsel, weil wenn wir gerade Minus auf dem Konto sind, tendieren wir dazu, in den Mangel zu gehen. Wir tendieren dazu, angstvolle Gefühle zu entwickeln. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Geldziele aufstellen, kommt das aus der Angst. und wir treiben förmlich die Fülle, die wir suchen, vor uns her. Das heißt, die Kunst liegt darin, auch darum geht es viel in dem Kurs und das kann jeder von uns lernen, egal was gerade in deinem Leben passiert, in diesen inneren Zustand des Reichtums zu kommen. So, das ist übrigens die Einladung der Meditation, die ich vorher vorbereitet habe, in den Saal deines inneren Reichtums zu kommen. Also wenn es dir gelingt, wenn du gerade im Dispo bist und vielleicht gerade nicht weißt, wie es mit deinem Business weitergeht, Kontakt aufzunehmen mit dem König und der Königin in dir. In dir gibt es etwas, was immer groß und frei ist. Dann wirst du spüren, dann hast du eine Würde und dann hast du eine Fülle in dir. Und dann wirst du auch wieder neue Möglichkeiten anziehen. Also wenn wir gerade ganz wenig haben, ist es tatsächlich ein Trugschluss zu sagen und jetzt halte ich das Wenige, was ich habe, noch mehr verbiestert fest. Ich rede nicht davon, gib es verschwenderisch aus, aber wir können sehr wohl von dem Brötchen, was uns übrig geblieben ist, ein Viertel an jemanden abgeben, der noch weniger hat und das wiederum hilft uns, wieder in den Zustand von Fülle zurückzukommen. Dein Wert, ein so schönes Thema, da habe ich, glaube ich, das meiste gelernt zum Thema Geld. Geld und generell dein Umgang mit Fülle hat eine immense Aussagekraft darüber, wie wertvoll du dich fühlst. Nicht wie wertvoll du dich fühlen willst, nicht was du denkst, was du dir erzählst, sondern was du wirklich fühlst. Bei mir war es zum Beispiel so, viele von euch wissen das ja, ich habe ein Jahr lang Medizin studiert, also ich war für so eine Weißkittelkarriere vorgesehen. Und dann habe ich das Studium abgebrochen und ich habe Jahre zugebracht in so einem Zustand von, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was meine Arbeit wert ist. Also selbst als ich schon wirklich gute Coachings gemacht habe, war das Gefühl da, ja, ich habe jetzt nur mit den Menschen gesprochen. Und wenn meine Klienten mich gefragt haben, was kann ich denn zahlen, habe ich meistens noch gesagt so, leg was hin, leg hin, was es dir wert ist. Also ich habe den Menschen überlassen, meinen Wert zu entscheiden. Und ich selbst habe mich nicht gemocht. Und ich selbst wusste nicht, was mein Wert ist. Und ich bitte dich, ich bitte dich, falls du mit Geld ein Thema hast, zu verstehen, dass das ein unglaublich spannendes, kostbares Thema ist, dich damit auseinanderzusetzen, ein echtes Wertgefühl zu entwickeln. Und ich habe das vorhin schon gesagt, da gibt es eine existenzielle Ebene, wo wir alle, selbst wenn wir arbeitslos sind, wenn wir gar nichts für andere machen, ankommen können in so einer richtig schönen, tiefen Erfahrung von, ich bin kostbar, so wie ich bin. Auch wenn ich mal schwach bin, wenn ich krank bin, wenn ich scheiße baue, ich bin kostbar, so wie ich bin. So diese Erfahrung, wenn du da reinfällst, das ist so ein bisschen wie der Krafttopf bei Obelix. So wenn du da mal so richtig reinfällst, das verändert etwas in dir. Also ab da kann ich die Welt nicht mehr so rumschubsen. Und dann gibt es aber eine konkrete Ebene darüber, da kannst du wirklich studieren, da kannst du beobachten, da kannst du deine Arbeit feiner analysieren und wirklich über ein tieferes Verständnis, ein tieferes Gefühl dafür bekommen, dass du einen wirklich wichtigen Beitrag in dieser Gesellschaft leistest und deswegen auch verdient hast, gut dafür honoriert zu werden. Und das Letzte, das klingt schon fast so ausgenudelt, aber es ist so wichtig, Leute, Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Deswegen habe ich dir am Anfang die Frage gestellt, mit wem vergleichst du dich, wenn du dich arm fühlst. Es gibt immer jemanden, der mehr Geld hat, es gibt immer jemanden, der mehr Likes hat auf Instagram, es gibt immer jemanden, der jünger ist, schöner ist und so weiter und so weiter. Und wir können uns unser ganzes Leben versauen, wenn wir uns mit diesen Menschen vergleichen. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir evolutionär bedingt dazu tendieren, wenn wir nicht aufpassen, das Negative zu sehen, das zu sehen, was uns fehlt. Und das kann wirklich unser ganzes Leben versauen. Und auf der anderen Seite ist Dankbarkeit, also kultivierte Dankbarkeit, jeden einzelnen Tag, das Geheimrezept, um das Gesetz der Anziehung wiederum zu aktivieren, weil ein Mensch, der wirklich dankbar ist für das, was er hat, und auch wenn du jetzt zum Beispiel gerade denkst, dass du ein armer Mensch bist, wenn du dieses Video siehst und verstehst, also in der Lage bist, das geistig zu verstehen, mach dir einfach klar, du gehörst zu den reichsten 10% auf diesem Planeten. Du hast ganz, ganz viele Dinge heute, die unbezahlbar sind. Du hast sehr wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf, du hast Sicherheit, du hast sehr wahrscheinlich Menschen an, die du dich wenden kannst, du hast sehr wahrscheinlich etwas zu essen, im Kühlschrank. Du hast jetzt gerade einen Input, der, da bin ich hundertprozentig sicher, wenn du dich nicht einfach nur berieseln lässt, sondern wenn du sagst, das nehme ich als Chance und ich ziehe mir das rein und ich höre es mir vielleicht dreimal an und jetzt drehe ich das Ding, der, und das hat nichts mit mir zu tun, der aber wirklich unbezahlbar ist. Also wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein und Dankbarkeit hilft uns einfach, jeden Abend reich ins Bett zu gehen und reich am Morgen aufzustehen, egal was auf dem Konto ist und das wiederum wird auch im Außenreichtum anziehen. So, das sind die inneren Prinzipien. Ich stelle euch das auch, ich weiß, das ist dicht, ich stelle euch das auch als Aufzeichnung zur Verfügung. Ich möchte die äußeren Prinzipien knackiger durchgehen, weil ich komme danach gleich zu unserer Einladung, das mit uns gemeinsam zu erforschen. Erstens, und das ist ganz wichtig, und bitte all diejenigen unter euch, die bis jetzt so Geld so angefasst haben, so nach dem Motto, puh, will ich nicht, alles diesbezüglich unterwirft sich deiner Wahl. Mein Thema mit Geld hat sich gedreht, als ich gesagt habe, ich will dieses Thema jetzt kennenlernen. Ich möchte Geld haben. Also, du musst wirklich an den Punkt kommen, dass du sagst, ich will mehr Geld. Ich bin jetzt bereit dafür. Ich bin bereit dafür zu lernen. Du kannst mal, also mir war es damals ganz wichtig, ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben und gesagt, mir ist ganz wichtig, dass ich meine Seele nicht dafür verkaufe. Ich möchte nur Dinge machen, die für andere Menschen echten Mehrwert haben, die für die Welt einen Mehrwert haben. Aber ansonsten bin ich bereit, mir den Arsch aufzureißen. Ich bin bereit, alles zu lernen. Ich bin bereit, mich zu bewegen, neue Dinge zu entwickeln. Aber ich bin jetzt soweit, ohne Stolz zuzugeben, ich will materiell reich sein. Und wenn du willst, sprich das jetzt einfach mal aus, wenn du alleine bist, auch wirklich laut und fühl mal, was das mit dir macht. Ist das so wie äh, äh, äh? Oder ist es so wie ja, doch, das will ich. also archimistisch gesehen, macht das wirklich Sinn, dir einfach mal Geld als ein Wesen vorzustellen, also als ein archetypisches Wesen und dich einfach mal zu fragen, was für eine innere Beziehung hast du zu diesem Wesen? Also, wenn du Geld wärst, würdest du gern zu dir kommen? Also ich habe damals ganz klar erkannt, nee, also zu dem Lindau würde ich nicht gehen. ja, also erstens ist der stinkunlangbar, zweitens hat der eine Haufe Vorteile mir gegenüber, der hat Angst davor, dass ich ihn vergiften könnte, nee, bei dem ist es nicht sexy. So, Geld ist Energie, Leute, okay, also Scheine, Münzen, das ist alles nur symbolisch, aber dahinter stecken wirklich archimistische Kräfte. Und du kannst unglaublich viel über dich lernen, wenn du dich mal mit der Frau auseinandersetzt, heiße ich diese Energie eigentlich willkommen? Geld ist auch Potenz. Geld hat was damit zu tun, dass du sagst, ich möchte gern, dass mehr Potenz durch mein Leben geleitet wird. Einhergehen mit mehr Sichtbarkeit, bin ich dafür bereit? Mit mehr Verantwortung, bin ich dafür bereit? Mit natürlich auch der Möglichkeit, mehr Versuch zu wehren, mehr Fehler zu machen und so weiter, bin ich dafür bereit? Das zweite Prinzip, du musst deine Geldströme kontrollieren. Also das war für mich, glaube ich, der unsexiste Part, weil ich bin so von Natur aus ein Visionär, ich bin gern da vorn und da vorn und da vorn und kreiere total gern und für mich war es extrem wichtig, mich hinzusetzen, um meine Geldströme wirklich bis auf den Cent kontrollieren zu lernen. Also heute bin ich extrem dankbar, dass wir eine wunderbar zauberhafte Monika in unserer Buchhaltung hat, die das viel besser kann als ich und der ich da auch vertrauen kann an der Stelle. Aber um das Geldthema zu sanieren, musst du lernen, das zu kontrollieren. Punkt. Da geht nichts vorbei, weil du kannst unglaublich viel daran verstehen, über dich, wenn du siehst, ich habe es vorhin schon erwähnt, was du machst, also wie du Geld annimmst, wie du es weiterleitest, ob du bereit bist, es zu sammeln und so weiter. Also das ist wirklich ein brillanter Lehrmeister, weil es so fucking konkret ist. Drittens, du brauchst absolut klare Ziele. Neun von zehn meiner Klienten beziehungsweise Seminarteilnehmerinnen hatte keine Ziele. Also so ein vages Ziel, ich möchte gern reicher sein. Nein, du brauchst absolut konkrete Ziele. Also zum Beispiel, als ich das erste Mal Ziele aufgestellt habe, zum Thema Geld, war ich erschrocken. Warum? Weil ich gesehen habe, okay, um diese Summe von Fülle zu generieren, die ich mir gern wünsche, das geht gar nicht mit der Arbeit, die ich damals hatte. Und das wiederum hat ganz, ganz viele Denkprozesse, Wandlungsprozesse in Gang gesetzt. Also unsere Arbeit verändert, weil für uns war zum Beispiel immer klar, eine ganz wichtige Prämisse von Andrea und mir war und ich hoffe, das könnt ihr bestätigen, die uns kennen. Wir haben immer gesagt, Geld soll kein hinderndes Grund sein für Menschen, die in unserer Arbeit wollen. Das heißt, wir haben immer gesagt, wir wollen nicht dadurch reicher werden, dass wir es immer höher und höher schrauben, sondern wir wollen, dass unsere Arbeit sehr niederpreisig zugänglich ist und wir wollen auch immer eine ganze Menge kostenlos rausgeben. Also musste ich mir völlig neue Modelle ausdenken, damit die Rechnung überhaupt aufgeht. Aber das geht halt nur, wenn du ein Ziel hast. Viertens, habe ich vorhin schon erzählt, a-zyklisch heißt, okay, alle schauen gerade in der Achterbahn runter und schreien, äh, äh, einer ist wach und glasklar und ruhig und fragt, was ist gerade die Chance? Die meisten Menschen haren jetzt gerade aus und hoffen, dass Corona irgendwann vorbei ist. Das ist total bescheuert, Leute. Es wird vorbei sein, irgendwann. Aber es ist viel cleverer jetzt zu sagen, zum Beispiel, wenn du vielleicht auch gerade mehr Zeit hast, weil dein Business gerade nicht funktioniert, nachzudenken und dich zu fragen, wo kommen denn die Leute nach Corona raus? Was werden deren Bedürfnisse sein? Okay, was kann ich jetzt bereits vorbereiten, damit ich dann an dieser Stelle Bedürfnisse erfüllen kann? Also, ich bringe das immer ein ganz einfaches Beispiel, wenn du hörst, okay, demnächst ist in einer Stadt, im Hochsommer einen Marathonlauf durch die Berge, einfach mitzudenken und sagen, okay, da kommt diese eine Weggabelung ganz oben auf den Scheitelpunkt. Es wird heiß sein, die werden geschwitzt haben, die sind völlig fertig, ich bereite einen Wasserstand vor. Punkt. Das ist allzyklisch. Okay? Ganz wichtiger Punkt, deine Passions. Vielleicht haben einige von euch schon die Erfahrung gemacht. Du lässt dich auf irgendwas ein, was viel Geld verspricht und vielleicht bekommst du auch viel Geld, aber es ist ein Weg ohne Herz und am Schluss stellst du fest, du hast deine Seele verkauft beziehungsweise ausgelaugt. So, das ist für mich kein guter Reichtum. Ich glaube zutiefst daran, dass du den besten Reichtum anziehen kannst, wenn du herausfindest, wofür du richtig brennst. Also, wenn du so unverschämt bist, von dem Punkt zu kommen, dass du designt wurdest, du wurdest von der Natur designt. Es gibt einen Grund, warum du für bestimmte Themen brennst, warum du dich gerne auf eine bestimmte Weise ausdrückst. Und wenn du anfängst, da volle Kanne reinzugehen und dafür musst du genau wissen, was das ist, dann leuchtest du auf eine Art und Weise und das zieht Erfolg an. Ich habe früher mal gedacht, ja, ja, das ist so eine Tschakka-Tschakka-Weisheit, das klingt so toll. Leute, es ist so. Ja, es gibt auch eine Menge Menschen da draußen, die haben sich einfach nur darauf konzentriert, Geld, Geld, Geld machen. Ich möchte nicht mit denen tauschen. Aber ich kenne auch eine Menge gute Leute, die gesagt haben, ich setze voll auf das, wofür ich brenne und dann kommt der Erfolg auch auf der Materiebene. Einhergehend damit ist es extrem wichtig und ich betone noch mal, es ist extrem wichtig, dass du deine Stärken kennst. Okay, so und das ist ein Dilemma für viele Menschen, weil unsere Stärken sind uns so vertraut, das ist quasi unsere zweite Haut, wir schütteln unsere Stärken aus den Ärmel. Also das, was für dich völlig normal ist, das sind eigentlich deine Stärken. Und wenn du diese erkennst, also ich sage immer, wenn du erkennst, was du für ein Instrument bist, und nicht mehr versuchst, in dem gut zu sein, worin du höchstens Mittelmaß erreichst, sondern sagst, ich habe hier meine zehn, zwölf Stärken und ich reite dieses Pony, dann wirst du in deinem Bereich eine Exzellenz erreichen und auch eine Wertheitigkeit, für die dich Menschen extrem gern bezahlen. Also Passion und Stärken lassen dich wie ein Komet aufleuchten. Und dafür musst du aber wirklich genau wissen, welche das sind. Und das führt uns wiederum zu dem achten Punkt. Es ist extrem wichtig, unseren existenziellen Wert zu kennen, aber es ist auch extrem wichtig, zu verstehen, was dein Wert in deinem wirklich konkreten Tun für deine Zielgruppen ist, das heißt für die Menschen, für die du arbeitest. Weil wenn du deinen Wert kennst, und zwar so kennst, dass du den auch fühlst, dann wirst du ganz in Ruhe Geld verlangen können und die Leute werden dir das gern bezahlen. Als ich angefangen habe, in Ruhe den Wert meiner Coachings zu analysieren, habe ich über Nacht den Preis meiner Coachings verdoppelt. Und meine Angst war, die Leute werden wegrennen. Es ist genau das Gegenteil passiert. Ein paar haben gemeckert, gut, die haben den Wert vorher nicht gesehen. Die meisten haben gesagt, das verstehe ich total, das ist so viel wert. Und da gibt es etwas Alchemistisches darin, ich habe das immer wieder erlebt, dass es danach sogar noch mehr anzieht. Also wenn du dich hinstellst, wenn du wirklich voller Selbstbewusstsein in den Kosmos pinkelst, also deine Marke hinterlässt und sagst, das bin ich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, einen wirklichen Wert zu schaffen. Also gerade in der psychospitalen Szene gibt es sehr viele Menschen, die sich darauf ausruhen, dass sie ja in sich so wertvoll sind, das bist du mein Schatz. Ohne Frage. Aber wenn es dir auch um ökonomischen Reichtum geht, dann geht es eben nicht nur darum, dass du seelisch wertvoll bist, sondern geht es wirklich ganz konkret darum, einen Wert zu produzieren für andere Menschen. Das ist ganz simpel. Menschen werden immer Bedürfnisse haben, immer. Und wenn du ein Bedürfnis Ort ist, von Menschen, die du wirklich liebst, und du erschaffst für sie eine Lösung für dieses Bedürfnis, dann werden sie dir Geld dafür bezahlen. So einfach. So ihr Lieben, ich hoffe, dass für jeden und jede von euch was dabei war. Und jetzt kommt meine Einladung. Ich habe es ja am Anfang schon ausgesprochen. Ich habe vor, ich glaube, vor vier Jahren einen Kurs dazu entwickelt, Guter Reichtum. Der beinhaltet 22 Lektionen, die sich intensiv, also auch mit Meditation, mit vielen Fragen, Arbeitsblättern, mit genau diesen Themen beschäftigen. Es ist einer der Kurse, bei denen Menschen, wenn sie daran teilnehmen, immer wieder auch an herausfordernden Momente kommen, weil Fragen auftauchen, die unangenehm sind, die so ein bisschen an unsere Blindspots reinpieken und wo wir versucht sein könnten, auszubüchsen. Und deswegen freue ich mich ganz toll, dass Michael Lukas sich bereit erklärt hat, das zu begleiten. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Also Michael ist ein, ich sage mal, ein österreichischer Haudegen, der unglaublich viel Erfahrung gesammelt hat, in den letzten Jahren Menschen in guten, kompakten Arbeitsgruppen zusammenzubringen, in den Austausch zu bringen und dafür zu sorgen, dass der Shit wirklich auf die Erde kommt, also dass die PS umgesetzt werden. Und deswegen kommt hier unsere Einladung, wir starten das Programm am 28.04. Wir haben uns bewusst entschieden, das zu dehnen, also nicht nur über 22 Tage, sondern länger, damit ihr wirklich genug Zeit habt. Und es geht bis zum 12.06. begleitet durch Michael Lukas. Also ihr werdet richtig in Arbeitsgruppen miteinander arbeiten. Es wird Zoom-Kurs geben, es wird zusätzliche Übungen geben, es wird eine extra Austauschgruppe auf Facebook geben. Also ich sage mal so, alle unter euch, die ein Thema haben mit Geld, ich finde, das ist eine riesen, riesen Chance. Also es ist dann für dich spannend, wenn du sagst, ich will generell dem Leben tiefer vertrauen und ich möchte gerne dieses Gefühl zurückbekommen, dass mich das Leben immer trägt. Wenn du sagst, ich möchte gerne meinen natürlichen Wert erkennen und leben, wenn du deine Beziehung zu Geld teilen willst, wenn du ganz ehrlich um Frank und Freie sagst, ich will mehr Kohle, ich will mehr Geld, dann ist der Kurs richtig gut. Wenn du an einem Punkt bist, wie ich damals und sagst, es ist echt Zeit, dass du Ideale und Welt miteinander vereinst und nicht immer versuchst, gegeneinander auszuspielen. Wenn du vielleicht bereits Fülle generiert hast und sagst, ich wünsche mir einfach einen gesünderen, lässigeren Umgang damit. Und wenn du sagst, ich habe ja was, was ich liebe, was ich gern tue und ich will darin endlich mehr Erfolg. Was kostet der Spaß? Wenn du Mitglied bist auf Homo Dea, 49 Euro. Wenn du kein Mitglied bist, kostet das Ganze 69 Euro. Ich bin so jemand, ich rechne immer ganz nüchtern und ich sage immer, also wenn ich von dir 69 Euro haben möchte, dann muss es mindestens zehnfach so viel wert sein. Und bei dem Kurs kann ich dir garantieren, wenn du richtig einsteigst, also wenn du richtig mitmachst und wenn du Gas gibst, kommst du locker mit einem Kempten-Stand und mit Erfahrung raus, mit denen du danach 96 Euro reinkriegen kannst. Das ist also ein richtig, richtig gutes Investment. Ich möchte dich also von Herzen einladen, dir die Chance nicht entgeben zu lassen, wenn das dein Thema ist. Okay? Das war eine Folge aus dem Podcast Seelen Gevögelt für die Rebellen des Lebens mit Veit. Danke, dass du eingeschaltet hast. Möchtest du das Thema gerne noch mehr vertiefen, dann schau unbedingt in der Textbeschreibung vorbei. Dort verlinken wir dir alle Informationen zum Kurs, einen absoluten Buchtipp von uns und eine tolle Meditation der Saal deines Reichtums. Wir freuen uns, wenn du beim Kurs mit dabei bist, denn Reichtum ist dein Geburtsrecht.